Leben besteht aus Mustern und Gewohnheiten. Das Ziel der Arbeit an uns selbst ist es oft, alte Gewohnheiten abzulegen und neue, bessere Gewohnheiten und Muster zu etablieren. Manchmal ist es gar nicht so klar, ob wir jetzt gerade in einem neuen Muster sind oder ob wir uns wieder in dem alten Muster befinden, das wir eigentlich loswerden wollen. In diesem Video werde ich dir erklären, wie du erkennst, dass du wieder in einem alten Muster steckst und wie du aus diesem alten Muster herauskommst. Wenn dir das Video gefällt, dann lass einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, sodass du kein Video hier verpasst und wir steigen jetzt direkt gleich ein mit diesem Video. Ich habe keine konkrete Frage, ich kann auch einfach mal erzählen, was bei mir so abgeht. Und bei mir ist es gerade so, dass ich ein besseres Bewusstsein dafür bekomme. Ich gehe jetzt mal zu dem Thema der Altejern, der eben komplett in diesen Konditionierungen gelebt hat. Der Altejern. Der, der Altejern, genau, der eben komplett nach gesellschaftlichen Kriterien gehandelt hat, wie man eben so aufwächst hier. Und ich merke aber jetzt viel, viel mehr, wie so der wahre Kern in mir hier vorkommt durch diese ganze Arbeit eben. Kann ich jetzt mal, ja, ein gutes Beispiel geben. Ich sage mal zum Beispiel jetzt hier die Nachbarin, die ich mal angesprochen habe gegenüber, die habe ich jetzt vor ein paar Tagen unten getroffen. Und der Altejern, der wäre halt in dieser sozialen Situation, der hätte super schnell versucht, da irgendwie zu entkommen. Zum Großteil. Aber einfach durch gewisse Ängste. Und der neue Jan aber, der hat richtig Bock, sich mit dir zu teilen. Und auch mal so ein bisschen aus sich dann rauszukommen, mal ein cooles Gespräch einfach zu haben. Und das hat sich einfach nur total geil angefühlt, weil das wirklich so aus mir dann wirklich kam. Und nichts irgendwie so Konditioniertes war oder ich von meinen Ängsten gefangen war. Und das ist einfach super spannend, ja, das zu beobachten. So dieses eben, dass ich mich immer mehr abkapze von diesem ganzen Konditionierten eben auch. Ich merke auch immer mehr, dass ich eben, so wie ich leben möchte, hier in Deutschland, in dieser normalen Gesellschaft, wo jetzt jeder langsam Kinder bekommt, Familie und sowas, und diesen normalen Job hat, dass ich da gar nicht reinpasse. Und ich habe das ja aber jahrelang, habe ich mir das ja, weil ich ja trotzdem da irgendwo total drin gefangen, in diesen ganzen Gedanken und Gefühlen dahinter. Und habe gedacht, ja, du musst ja trotzdem hierbleiben und diese Sicherheit, die dann oft mitschwingt und sowas. Und es ist einfach total cool, diese Abkapselung da langsam zu spüren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch noch so, dass ich oftmals natürlich noch ins alte Muster reingerate. Ist da manchmal nicht ganz so einfach, das Bewusstsein in dem Moment zu haben, zum Beispiel jetzt hier in meiner Wohnung. Ich bin ja, also ich bin generell ein Mensch, ich bin ja schon auch mal ganz gerne alleine, habe Zeit für mich. Aber da fehlt mir teilweise noch diese Differenzierung, so wann bin ich gerade wirklich alleine für mich, weil ich Bock drauf habe. Oder bin ich gerade einfach alleine, weil ich wieder in mein altes Muster gerate. Das alte Muster war zum Beispiel, dass ich eben gar nicht rausgegangen bin, weil ich eben soziale Ängste zum Beispiel früher hatte und mich dann so in meiner Bude verkochen habe. Da fehlt noch ein Stück weit diese Differenzierung, wann bin ich gerade so total mit dem alten Muster oder bin ich gerade einfach zu hart und denke mir so, hey, solange ich gerade das Bewusstsein habe, dass ich eventuell im alten Muster bin oder auch nicht oder es gerade einfach nicht weiß, reicht das vielleicht auch schon aus. Das war doch jetzt eine Frage im Endeffekt. Wo ist ja drauf gekommen. Ja, was ich, erst mal, ich möchte dich mal fragen, was kann dir denn einen Hinweis darauf geben, ob es das eine oder das andere ist? Puh. Mit Sicherheit, wenn eine gewisse Story in meinem Kopf abläuft. Zum Beispiel. Und ich einfach nicht das Bewusstsein habe. Zum Beispiel kommen irgendwelche Gedanken so, hey, wenn du jetzt rausgehst, ganz mal alle Gedanken fällen gerade so echt ein. Wenn du spazieren gehst jetzt, dann siehst du ja ganz viele fremde Leute, was können die denn wirklich denken? Weil das früher eben ein sehr krasses Kernthema war. Dass ich dann aus dem Grund sage, hey, okay, dann gehe ich jetzt nicht raus. Was geht mit dieser Geschichte automatisch einher? Du meinst jetzt in dem Bezug, was andere über mich denken können? Mhm. Sicherheit, dass mir ein gewisser Selbstwert noch fehlt, auf mich selber bezogen. Du hast immer noch ein Teil von mir versucht, im Außen zu beziehen. Und auf der Gefühlsebene? Wie sieht es denn da auf der Gefühlsebene aus? Auf der Gefühlsebene will ich wahrscheinlich die Anerkennung oder Liebe von Menschen bekommen. Dieses Gefühl, gut genug zu sein. Und jetzt stelle dir mal, oder ich möchte mal anders fragen, stelle dir mal eine Situation vor, wir tun mal so, du wärst gerade zu Hause und du bist wirklich zu Hause, allein für dich, weil du gerade Lust hast, allein für dich zu Hause zu sein und nicht aus Angst rauszugehen und in eine soziale Situation zu gehen. Wie würde sich das anfühlen? Da wird auf jeden Fall gar kein Widerstand hochkommen und diese Story wäre auch gar nicht in meinem Kopf aktiv. Wahrscheinlich. Und also ich persönlich, ich versuche immer bei solchen Situationen aufs Gefühl zu schauen. Es gibt meistens, also es gibt natürlich immer unzählige Möglichkeiten, aber wenn man es jetzt einfach mal in schwarz und weiß darstellen möchte, dann gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Und die erste grundsätzliche Möglichkeit ist, du bist zu Hause und du bist irgendwie in Frieden mit dir selbst. Das bedeutet nicht, dass du dich total gut fühlst, dass du total happy bist. Es kann auch sein, dass du zu Hause bist und traurig bist oder wütend bist oder XYZ bist. Es kann sogar sein, dass in deinem Kopf gerade was weiß ich für eine Story abgeht. Aber ich sage mal, wenn eine gewisse Grundzufriedenheit da ist, eine Grundzufriedenheit nicht mit vielleicht dem Gefühl, also auch, aber vor allem auch kein Widerstand dagegen, dass du jetzt zu Hause bist, sondern einfach so, okay, ich bin zu Hause und es ist gerade in Ordnung. Es ist gerade in Ordnung, hier zu sein. Es ist gerade in Ordnung, mit dem Gefühl zu sein. Dann bist du höchstwahrscheinlich bewusst zu Hause, weil du zu Hause sein willst. Wie würde das andere Szenario aussehen? Du bist zu Hause, weil du gerade Angst hast, aus dem Haus rauszugehen, weil du vielleicht Angst hast vor sozialen Situationen, weil das dein altes Muster war. Was dann zu Hause passieren würde, meinst du mir? Ja, wie könnte so ein Szenario aussehen? Wie würdest du dich da fühlen? Ich finde es immer schwierig, genau die Gefühle dafür zu beschreiben, muss ich sagen. Ich muss auch nicht genau das Gefühl beschreiben. Es kann auch sein, Auf jeden Fall würde ich mich nicht frei fühlen innerlich, sondern ich merke einfach, da ist ein gewisser Widerstand gerade da, weil ich zu Hause bin. Gewisser Widerstand, vielleicht eine gewisse innere Unruhe, vielleicht so ein bisschen zapplich, vielleicht so ein bisschen unzufrieden. Ja, jetzt kennt auch jeder so, ah nee, ich will irgendwas, aber ich weiß auch nicht, was ich will, aber das, was jetzt gerade da ist, passt auch nicht. Genau. Genau. Das kann uns einen Hinweis drauf geben. Jetzt aber ist die Frage, okay, genau 100 Prozent können wir es vielleicht gar nicht immer wissen und es ist auch gar nicht so tragisch, gar nicht so notwendig, das immer zu wissen. Der Hauptkern dessen, was wir tun können, ist im Prinzip Bewusstsein darüber zu gewinnen. Weil Bewusstsein gibt uns, gibt uns die Freiheit quasi, aus unseren Mustern rauszugehen. Vielleicht nicht sofort, aber je öfter Bewusstsein da ist, je öfter Objektivität da ist, desto über Zeit gehen wir garantiert aus unseren alten Mustern heraus. Also, ich würde das als Hinweis nehmen, wie fühle ich mich gerade? Und dann einfach mal zu gucken, okay, jetzt bin ich gerade so innerlich unruhig, innerlich zappelig, okay, wahrscheinlich habe ich gerade Angst, aus meinem alten Mustern rauszugehen. Das bedeutet nicht, dass du dann sofort das Haus verlassen musst, sondern du kannst das Haus sofort verlassen, du kannst rausgehen, du kannst in soziale Situationen gehen, aber du kannst auch einfach nur beobachten und kannst mal gucken, okay, was löst denn das Ganze jetzt wiederum in mir aus? Also, durch dieses Beobachten lernen wir uns selbst irgendwo kennen. Durch dieses Beobachten stellen wir einen Frieden mit uns her, weil manchmal kann es vielleicht auch sein, dass es irgendwo dieses neue Selbstbild ist, das wir kreiert haben. Und Achtung, ja, das ist auch eine Gefahr, dass wir, wenn wir an uns arbeiten, dass wir quasi ein neues Selbstbild kreieren, also dass wir quasi wieder etwas erschaffen, von dem wir denken, so und so sollte ich sein, so und so sollte ich nicht sein, das bin ich, das bin ich nicht und wir definieren uns wieder auf eine Art und Weise und das Problem ist, immer wenn wir uns definieren, dann stecken wir irgendwo fest. Immer wenn wir uns definieren, dann ist es immer was, was auf Grundlage des Alten passiert. Wir definieren uns auf eine neue Art und Weise auf Grundlage irgendwo immer der alten Art und Weise. Also, du definierst dich vielleicht jetzt in die Richtung, dass du sagst, okay, ich bin jetzt sozial und ich sollte so und so sein und das ist gut und das ist schlecht, weil du früher gelernt hast oder gemerkt hast oder für dich selbst so definiert hast, wenn ich nicht sozial bin, wenn ich nicht rausgehe, dann ist das etwas, was ich irgendwo nicht will. Aber Achtung, irgendwo ist es immer noch abhängig vom Alten. Irgendwie ist das Neue immer noch in Bezug auf das Alte da. Macht das irgendwo Sinn? Das macht total Sinn, ja. Genau. Das bedeutet, der Kern dessen ist quasi, immer wenn wir uns definieren, dann stecken wir ein Stück weit wieder im Alten drin. Deswegen mein Ansatz, den ich immer versuche zu wählen, ist, einfach nur zu beobachten. Weil durch beobachten, wenn wir wirklich es schaffen, objektiv zu bleiben, dann kommen Impulse hoch, dann kommen manchmal auch Zeichen in der Außenwelt, ja. Auf einer ganz tiefen Ebene wissen wir, was wir wollen. Unser inneres Kind weiß genau, was es will. Wenn wir also einfach nur beobachten, und zwar auf jeder Ebene, es kann sein, dass du zu Hause bist, total zapplig bist, wenn du einfach nur beobachtest, dann wirst du früher oder später auf jeden Fall wieder an den Punkt kommen, wo du einem bestimmten Impuls kommst und dem kannst du folgen. Ohne das Ganze neu zu definieren, ohne das Ganze zu bewerten, ohne zu sagen, ah, ja, okay, ja, ja, genau, das ist das, was ich wollte. Ah, ja, das ist gut. Und ah, ja, das Alte, ja, ja, das ist schlecht. Gut, schlecht. Weil dann sind wir wieder im Altenkreislauf drin. Definieren, uns selbst definieren, die Welt definieren, und was passiert immer dann, wenn wir uns selbst und die Welt definieren? Wir fallen früher oder später auf die Schnauze. Weil die Welt, die ist nicht immer so, wie wir, sie wollen. Nicht mal wir selbst sind immer so, wie wir es wollen. Oder wir selbst sind ganz oft nicht so, wie wir es wollen. Also, im Idealfall bleiben wir einfach nur frei. Und zwar mit dem, was kommt. Im Idealfall definieren wir gar nichts. Im Idealfall laufen wir nichts hinterher und wir laufen von nichts weg. Sondern im Idealfall. Und ich sage nicht, dass es bei mir so ist. Ich sage nicht, dass du irgendwann in diesem Leben dorthin kommst, dass es immer so ist. Aber ich sage nur, grundsätzlich, im Idealfall sind wir einfach nur präsent. Wir entscheiden von Moment zu Moment auf Grundlage dessen, was uns unser innerer Impuls sagt. Und auch, wenn wir in diesem Leben vielleicht nicht dorthin kommen, dass wir immer präsent sind, dass wir immer genau wissen, was wir wollen, und dass wir immer genau unseren Weg kennen und dem auch folgen, wir können zumindest ein Stück weit präsenter werden. Und je mehr wir präsent werden, desto mehr können wir das erkennen, was wir wirklich wollen. Je mehr wir das erkennen, was wir wirklich wollen, desto präsenter werden wir auch. Also, desto mehr begehen wir uns automatisch in eine Richtung, in der wir weniger Widerstand vom Leben bekommen. Weil den Widerstand vom Leben bekommen wir nur deswegen, weil der Widerstand in uns selbst drin ist. Und das haben wir in der Freedom Academy gelernt, die Außenwelt ist einfach nur eine Widerspiegelung der Innenwelt. Ja? Also, jetzt nochmal letzte Frage, was kannst du daraus vielleicht jetzt aus dieser, solche Dinge kann man leider nicht immer so einfach erklären, okay, jetzt mach dies und mach das und tu jenes. Aber vielleicht, was ist für dich jetzt hängen geblieben? Einfach nochmal in eigenen Wort zusammengefasst. Also, im Grunde genommen ist einfach noch, dass ich mehr für mich beobachten soll, gucken soll, wo kommen jetzt Widerstände hoch in welchen Situationen, wo kommt eine gewisse Story wieder hoch von meinem alten Muster und da immer und immer wieder einfach präsent zu bleiben und mit den Impulsen, das habe ich ja eben auch genau schon so erfahren, das ist ja das Geile. Ich hatte ja damals einfach so diesen Impuls, wo ich einfach so, da kam dieser Impuls einfach hoch, so hey, ich will einfach mal raus, ich will einfach weg von Deutschland mal. Das war gar nicht vom Kopf her, dass ich mir dann gesagt habe, okay, dann ich muss weg, weil bla 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 bla, dann fühle ich mich da besser, dann geht es mir in einem anderen Land vielleicht besser, sondern es kam einfach hoch, ohne vom Kopf her und das war eben super geil. Genau wie du es gerade gesagt hast, so diese Impulse, die kommen dann echt wirklich einfach automatisch hoch, nur durch dieses Beobachten und ohne da wirklich vom Kopf her dann eben ranzugehen, weil dann ist man ja wahrscheinlich dann auch wieder eben in dieser Story oder in diesem neuen Muster dann oder das neue Selbstbild, was man dann vielleicht kreiert, also kann ich überhaupt nicht so auch nachvollziehen, habe ich auch schon erfahren. Absolut, genau, das hast du ja alles schon erfahren, das ist ja das Geile und das Geile ist, wenn du es einmal erfahren hast, dann wirst du es auch immer wieder erfahren. Ja? Yes, besten Dank. Cool. Okay, wenn du jetzt etwas aus diesem Video mitnehmen konntest, dann geh jetzt mal auf sebi-freiheit.de slash Potenzialanalyse, den Link findest du auch unter dem Video in der Infobox. Dort kannst du eine kostenlose Potenzialanalyse machen und wir finden mit dir gemeinsam heraus, wie du deine Limitierungen und inneren Grenzen auflösen kannst und wie du wieder zurück in deine eigene Stärke kommen kannst. Der Test funktioniert ganz einfach, du kannst, du musst einfach nur ein paar Klicks auf der Webseite machen und am Ende findest du heraus, ob du für unsere Potenzialanalyse geeignet bist. Das Ganze dauert weniger als zwei Minuten, sei unbedingt mit dabei. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass jetzt einen Daumen nach oben da und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal. Hier findest du auch noch ein weiterführendes Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.